Heute Morgen wollte ich kurz schwimmen gehen und er war voll mit... Oh! Hä? Hm. Oh, wow! Rosa Zuckerguss! Wir haben so eine tolle Episode gemacht. Ich dachte, es wäre übertrieben, das zu erwähnen und würde die Stimmung ruinieren. Chelsea ist normalerweise die Prinzessin der Streiche, aber das hier sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich wünschte, diese Streiche würden von mir kommen. Die sind genial! Nein, im Ernst, ich glaube, hier passiert etwas Seltsames. Auch gestern im Garten. Moment mal, eine Sekunde. Oder im Partyraum. Hm. Moment mal, zwei Sekunden. Hm. Ich weiß, ich sollte allen sagen, wie ich mich fühle, aber ich habe Angst, sie werden mir nicht glauben. Und das bedeutet, ich werde es lieber für mich behalten.